Ja, Sie sehen eines unserer Haupttagesthemen heute. Gmx berichtete über die sogenannte revolutionäre 1. Mai-Demonstration gestern. Ich würde sie nennen die revolutionäre 1. Mai-Demonstration der inkompetenten linkskriminellen Kapitalismuskritiker und Möchtegern-Diktatoren oder Möchtegern-Stalins. Bitte hier unten rechts am rundlichen Ding immer die Wunschgeschwindigkeit einstellen, denn ich werde sehr langsam reden. Ich empfehle 1,75 oder 1,5 Minimum. Ja, was ist los? Wir sehen, was ist unser Schaubild dazu? Unser Schaubild dazu ist einfach, da war sogar dann eine Rede im Internetfernsehen eines Klassenkämpfers. Ja, also sozusagen, wenn Menschen, und da ging es ja auch wieder viel bei der Demonstration um Gewalt und Gewalt gegen die Polizei und so weiter. Weil das sind die primitiven, inkompetenten Kapitalismuskritiker. Hier können wir es uns nochmal anschauen. Unser Schaubild sagt alles. Die linkskriminellen Verfassungsvereine waren da also gestern in großer Zahl auf der Straße wohl auch so etwas wie ein schwarz gekleideter Block, also der berüchtigte schwarze Block. Also die linkskriminellen und die rechtskriminellen, das sind die Menschen mit der geringsten Gehirnleistungsfähigkeit, sehr wenig kluge Menschen, die sozusagen immer noch der völlig falschen Kapitalismuskritik anheimhängen. Also, ich habe ja gestern in der gestrigen Sendung, können Sie ja nachhören ab circa Minute 15. Sie können das auch hier schauen, ja, Sie können hier auf der Homepage nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort. Können Sie also schauen hier, erstmal alles über Professor Richard Dawkins lesen. Sie können die Google-Anleitung nehmen, um dann direkt selber den Text zu lesen bei Books Google. Und dann haben wir hier einen Link eingefügt, Richard Dawkins, das egoistische Gehen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, fängt ungefähr bei Minute 15 an, der Teil der unserer Lesung, meine Lesung von Seite 363, 64, 65 von Das egoistische Gehen, Professor Richard Dawkins darstellt. Da finden Sie naturwissenschaftliche fundierte, sachliche, richtige, wahrheitsorientierte Kapitalismuskritik. Ja, der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus ist schlecht ohne Ende. Aber das Letzte, was wir in der Welt brauchen, sind diese wenig klugen, kleinen, gehirntragenden, primitiven, gewaltbereiten, linkskriminellen und rechtskriminellen Verfassungsfeinde, die deren Vorstellung einer Lösung des Problems letztendlich bedeutet, ja, eine neue linksradikale, linkskriminelle Diktatur, ein neuer Stalinismus und so weiter. Und mehr Ideen haben diese Leute nicht. Ja, man sieht es ja auch daran, wenn es dann auch um die Forderung nach gutem Wohnen geht, anstatt, dass es dann darum geht, sozusagen die Bauwirtschaft durch positive Anreize anzureizen, gesundheitsförderliche und lebenswerte Wohnmöglichkeiten zu schaffen in ausreichender Zahl. Dazu muss man aber auch der Bauwirtschaft auch entsprechende Verdienstmöglichkeiten gönnen können. Aber das können eben Linkskriminelle nicht. Die gönnen niemandem etwas, außer sich selbst den Diktatorenstatus. Ja, diese Linksverbrecher, die gönnen niemandem den Lohn für seine Leistung. Und man kriegt nur dann ausreichenden Wohnraum, wenn man sozusagen der Bauwirtschaft auch für gute, gesundheitsförderliche und wohlfühlend steigerndes Wohnraum schaffen dann auch einen entsprechenden Lohn gönnt. Ansonsten ist es so, dass natürlich es leider so ist, es ist nun mal Realität, dass nicht jeder bei den gefragtesten Plätzen leben kann. Das ist eben die Marktsituation, dass eben am gefragtesten Platz nur der wohnen kann, der sich auch die höchste Miete leisten kann. Das ist nun mal leider Realität. Und die Linkskriminellen wollen natürlich diese Realität immer brechen, nie was leisten, nie was für den Staat tun, aber trotzdem eben die Herrscher sein. Das ist ja der versteckte Traum all dieser Linkskriminellen. Ja, das ist das Drama. Aber das wurde mal wieder deutlich. Also diese Menschen mit den kleinen Gehirnen sind also nach wie vor hoch aktiv. Und die sind eine der größten Gefahren. Die größte Gefahr für unsere Gesellschaft sind eben die ganzen Linkskriminellen und Rechtskriminellen Verfassungsfeinde. Das sind eigentlich ganz gewöhnliche Verbrecher, die nur irgendwie dann zufällig auch in der Politik ihre Verbrechen begehen. Ja, mehr ist es ja nicht. Und ich sage es noch einmal, ja, wir müssen den bösartigen, patriarchalen Raubtierkapitalismus beenden, aber bitte überlassen Sie das Leuten mit dem größeren Kopf, den Pferden, die haben den größeren Kopf zum Denken, nämlich den Next Scientists for Future und dem Weltrat. Mit primitiven Gewaltlösungen geht das alles nicht. Ja, jetzt ein anderes Thema, nämlich wir hatten ja am Freitag die Teilnahme bei der Gemeinwohl Lobby und deren Thema auch Volksverfassungsgebende Versammlung. Und da waren ja einige wirklich vernünftige Vertreter vorhanden, wo man sagen kann, das lässt hoffen, dass da vielleicht vernünftig Gespräche entstehen. Vor allem wurde von allen Seiten auch immer bekundet, dass man eben einen Expertenrat, einen Rat der Weisen sich sowieso gedacht hat. Und wir als Rat der Weisen sind ja dann auch angemeldet worden, dass wir doch in diesem Sinne tätig sein sollten. Und dann haben wir jetzt für Dienstag eben gerade die Person, die uns da angemeldet hat, auch eingeladen für unsere nächste Talkshow. Mal gucken, dass wir da vielleicht schon mal in die Themen mit der verfassungsgebenden Versammlung reinkommen. Und jetzt habe ich mich lange gefragt, auch bei allen verfassungsgebenden Versammlungen ist ja die Idee von so Bürgerräten, Bürgerparlamenten, Bürgerforen und so weiter sehr groß. Jetzt habe ich mich gefragt, welchem vorteilbringenden Irrtum, um welcher Sparte stammt diese Idee, dass die Bürgerräte das Alleinseligmachende sein könnten. Die Grundidee ist ja natürlich richtig. Es geht darum, dass Sie, liebe Wählerinnen, durch und durch das Heft in die Hand bekommen und das Sagen bekommen. Aber, Schluck Wasser. Beispiel Brexit. Ja, wie schwierig ist es, für die Bürger zu durchschauen, die Vielfalt der Argumente, ist es besser, in der EU zu bleiben oder ist es besser, rauszugehen. Ja, da muss man analysieren, auch die Dysfunktionalität der Institutionen, die Kosten, die Europa verursacht und was bringt es und so weiter. Steigert also sozusagen die EU tatsächlich das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und den Wohlstand von Ihnen, liebe WählerInnen sozusagen oder beschädigt es das eher. Und jetzt ist es ein vorteilbringender Irrtum. Der Sozialspaten ist ja sozusagen, es gibt keine Gehirnunterschiede. Und wenn es keine Gehirnunterschiede gibt, dann sind ja auch alle, die an so einem Bürgerrat teilnehmen, klug genug, das Ganze zu durchschauen und dann zu einer guten Entscheidung zu kommen. Zum Beispiel dann auch in einem Volksentscheid. Aber wir sehen ja am Beispiel, dass Brexit, wie schwierig es sein kann, überhaupt da ein realistisches Bild zu gewinnen. Ja, und ist die Frage, kann es nicht auch, so sehr wir für Volksentscheide ja sind, ja, aber kann es nicht auch eine Überforderung sein, dass die Gehirne der Bürgerratsteilnehmer und der Volksentscheidteilnehmer vielleicht doch nicht ideal geeignet sind, diese ganzen komplizierten Themen durchzuarbeiten, vor allem, weil die etwa etwas mehr als 50 Prozent der Bürger oder der Bewohner eines Landes, die überhaupt realistisch zur Wahl gehen, das sind meistens schwer beschäftigte Leute, die hart arbeiten und ob die Zeit für einen Bürgerrat haben oder ob die immer wieder Zeit haben, sich Themen für Volksentscheide durchzudenken vom Anfang bis Ende, Ja, wenn man von dem vorteilbringenden Irrtum der Sozialsparten ausgeht, alle Menschen sind Genies und alle sind gleich klug, es gibt keine Gehirnunterschiede, es gibt keine Gehirnleistungsunterschiede, es gibt auch keine Intelligenzquotienzunterschiede, alle sind gleich intelligent, ja dann glaubt man, sagt, entwickelt man einen Glauben, dass natürlich dann die Volksentscheider auch zu unheimlich kompetenten Lösungen kämen, und auch die Bürgerräte aus irgendwelchen Leuten, vielleicht sogar auch aus Arbeitslosen zusammengesetzt oder so, dann zu tollen Entscheidungen käme. Das ist ja auch der große Irrtum bei die Basis, dass die denken, die kleinen Leute seien klug genug für hochdiffizile Entscheidungen und Reformenentwicklungen. das ist sozusagen eine Art ja Diffamierung aller Eliten und aller Kompetenten und sozusagen es lebe das Inkompetente, ja aber das resultiert daraus, wenn man den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten glaubt, nämlich die Wegleugnung der Hirnunterschiede glaubt, und das ist das Dilemma und die Frage ist, ist es nicht viel besser, die Wählerinnen das machen zu lassen, was keine Zeit kostet, die Frage ist ja immer der Zeitaufwand, ja will der normale Wähler zu seinem normalen Fulltime-Job noch zusätzlich den Beruf des Bürgerrats Mitglieds und das Bürgerparlament Mitgliedes und können wir da nicht eine zeitsparende Lösung haben. Sie wissen, wir haben sechs Kettenglieder einer echten Demokratisierungskette, die ist dann aber auch wirklich bombenfest und wir sagen ja, das zweite Kettenglied, die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme würde als neuer Verfassungspunkt sozusagen eventuell für alles ausreichen, als Passepartout passt für alles, denn Wählerinnen können jederzeit feststellen, oh jetzt geht es mir aber deutlich schlechter oder jetzt geht es mir deutlich besser als noch gestern und dann diese geänderte Wohlfühlstimme blitzschnell den Wahlleitern mitteilen, Bundeswahlleiter, Landeswahlleitern übermitteln, elektronisch. Das kostet nur ein paar Sekunden Zeit und bringt ein viel besseres Ergebnis, weil nämlich dadurch die Politiker interessiert werden, die besten Experten, wie zum Beispiel Weltrat und Next Scientist for Future zu Rate zu ziehen, weil sie nur noch dann weiter Karriere machen können, wenn das die Wohlfühlstimmen der Wählerinnen in ihrem Bundesland, also die Ministerpräsidenten werden den Weltrat anrufen und den Next Scientist for Future rufen, weil sie wissen wollen, wie sich eine Schlüsselfrage tatsächlich verhält und werden dann die politisch richtige Entscheidung treffen und wenn sie dann die richtige Entscheidung getroffen haben, wird sich das in den Wohlfühlstimmen der Wählerinnen niederschlagen, wenn sie die falsche Entscheidung getroffen haben im negativen Sinne und sie werden dann auch nie wieder gewählt, diese Partei wird auch nie wieder gewählt, weil das ja dann transparent allen Wählerinnen zur Verfügung steht, die Information dieser Ministerpräsident der Partei XY hat durch eine falsche Entscheidung das Wohlfühlen, die Wohlfühlstimmen seiner Wählerinnen ruiniert, also das Wohlfühlen ruiniert und ist die Frage, die Schlüsselfrage ist, Bürgerräte, Bürgerparlamente, riesiger Aufwand, eventuelle Überforderung der Kompetenzen von solchen Bürgerräten und das andere Modell extrem zeitsparend, Wohlfühlstimme, Konzentration auf das, was jeder Wähler auch leisten kann, nämlich mitzuteilen, wie es ihm tatsächlich geht und was sich gerade verändert hat und dann die leistungsfähigsten Leute des Landes untereinander beraten zu lassen, die kompetentesten und dann die bestmöglichste und kompetenteste Entscheidung zu fällen und dann wieder die Wohlfühlstimmen der Wählerinnen als ständiger Volksentscheid darüber, ob diese Entscheidung jetzt die richtige war, es einfach dem Wohlfühlen zu überlassen. Also bitte mal bei uns anrufen, aber mir erscheint das die einfachere, unkompliziertere Lösung, und die Bürgerräte erscheinen mir auf den vorteilbringenden Irrtum der Sozialsparten von der Genialität der kleinen Leute zu beruhen, auf dem vorteilbringenden Irrtum der Sozialsparten, dass die Schwarmintelligenz der Inkompetenten unheimlich hoch sei und dass das da nicht zu einer Schwarmdummheit käme. Also ich fürchte, das Ganze ist ein Konzept, das auf den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten beruht und da quasi diese vorteilbringenden Irrtümer als parasitäre Meme, Killerviren des Geistes auch eingedrungen sind in die verfassungsgebenden Versammlungen. Und das könnte man ja dann am Dienstag zum Beispiel zum Thema machen, nachdem man die Schlüsselfrage ja gestellt hat, wo ist sie, unsere Schlüsselfrage, jetzt muss ich doch nochmal hier eingreifen, wo ist die Schlüsselfrage, hier unten ist sie. Ich stelle an den anderen Talk-Teilnehmern am Dienstag die Frage, sind meine Reformkonzepte Folge von irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern auch von Sparten, besonders auch meiner eigenen Sparte und liebe Teilnehmer, können sie auch selbst uns anderen selber auch diese Frage stellen, denn nur diese Frage ist die Frage, wo der Rubikon überschritten wird, zwischen einem schlechten Politiker alter Schule und einem guten Politiker neuer Schule sozusagen. Und das ist eben der große Unterschied. Ja, dann lese ich mal weiter die Kurznachrichten hier. Wo sind wir? Ja, dann war ja ein Thema Stiftung Warentest. Ja, Sie, liebe Wählerinnen, wünschen sich doch immer eigentlich kostenlos Stiftung Warentest, sodass sie dann eine Rangliste vor sich sehen, der Produkte geordnet nach Preis- Leistungsverhältnis und das ist auch völlig okay und eigentlich machen die Next Scientists for Future nur, dass sie diesen kostenlosen Stiftung Warentest ausweiten auf einen kostenlosen Stiftung Warentest für Produkte und Dienstleistung wie Gesundheitsdienst Leistung aber auch auf Marktleiter, Restaurantleiter, Kioskleiter ausgeweitet, auf alle Sparten der Gesellschaft, auch auf alle Firmen ausgeweitet, haben die eine positive Wirkung auf das Wohlfühlen der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. und eigentlich machen wir, wir entwickeln quasi das Ideal einer Stiftung Warentest weiter zu einer vollständigen Form und dagegen haben eigentlich nur was die Lobbyisten von bestimmten Sparten, also die vorteilbringenden Irrtümer tragenden Lobbyisten bestimmter Sparten wie zum Beispiel Heilpraktiker oder Psychotherapeuten, die gerne leistungslose Einkommen beziehen wollen, aber die Wähler wünschen sich eine Leistungsmessung, die in der Stiftung Warentest Idee ja drin ist und wünschen sich transparente Leistungsranglisten von allen wirtschaftlich Tätigen und so weiter, ja, oder beruflich Tätigen. Ja, also zum Beispiel bei Nahrung, ja, also jetzt noch mal ein anderes Thema, viele glauben ja, es ist einfach alles in Ordnung so, ja, wir haben doch bei der Nahrung, wir haben die verschiedenen Kontrollsysteme, wir kontrollieren die Qualität der Nahrung auf Schadstoffe und immer wieder werden da mit Laboren Kontrollen durchgeführt und so weiter. Ja, aber das Problem ist, Kontrollsysteme sind sehr, sehr teuer, kosten viel Geld und sind oft so löchrig wie ein Schweizer Käse. Ja, und die große Frage ist, was ist besser aus wissenschaftlicher Sicht? Kontrolle der Produkte auf Giftstoffe hin zum Beispiel versus, also gegen oder eben Messung am Endergebnis. als naturwissenschaftliche Denker müssen wir sagen, Messung am Endergebnis ist immer das Bessere. Was soll denn die gesunde Nahrung erzeugen? Sie soll Wohlfühl, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden maximieren. Und warum messen wir das dann eben nicht? Warum messen wir denn nicht einfach zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme als Passepartout einfach, ob das Endergebnis eines Produktes und eines Marktleiters und eines Restaurant- und Kioskleiters stimmt. Nämlich, ob die Wirkung einer bestimmten, zum Beispiel Brot herstellenden Firma auch als Wohlfühlen bei den Kunden dieser Brotfirma ankommt. Denn wenn das statistisch gesehen dann tatsächlich die Leute, die häufig bei dieser Firma Brote kaufen, tatsächlich ein gesteigertes Wohlfühlen entwickeln und gleichzeitig natürlich kontrolliert ist, dass da keine Drogen drin sind, keine versteckten Drogen drin sind und das verhindert wird, sondern dass einfach ein normales Brot ist, aber besonders gut gemacht und besonders wenig gesundheitsschädlich ist, dann entwickeln ja die Leute würden ja, ich halte das zwar bei Brot eigentlich für ausgeschlossen, weil ich Brot generell für ein krankmachendes Lebensmittel halte, aber nehmen wir mal an, es wäre jetzt ein super Brot und es wäre jetzt wirklich mal gesundheitsförderlich, was es zwar wohl nicht gibt, aber ich denke, also dann würde sich das in den Wohlfühlstimmen der Kunden niederschlagen, also wenn man die Stichprobe aller regelmäßigen Kunden dieser Brotfirma herauszieht im Computer und dann nur diese auswertet bezüglich der Entwicklung der Wohlfühlstimmen und wenn diese sich dann signifikant positiv entwickeln, die Wohlfühlstimmen, dann weiß man, da ist beim Endergebnis Wohlfühlen angekommen, Messung am Endergebnis, nämlich beim Wähler, bei den WählerInnen ist das Wohlfühlen angekommen und das ist mir viel lieber als irgendwelche wackeligen und löchrigen und unzuverlässigen Kontrollsysteme, die immer wieder versagt haben, ich denke nur an Gammelfleisch-Skandale und Salmonellen-Skandale und, 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 ja, Lebensmittelskandale aller Art, da haben ja die Kontrollen dann immer versagt, ne? Ich möchte kein wackeliches System, ich möchte ein zuverlässiges System der Messung am Endergebnis und das sage ich als WählerIn und als Verbraucher, ja, so, dann haben wir das Thema Biologisten, Biologisten und ihre vorteilbringenden Irrtümer. Wir haben zum Beispiel ja ganz schlecht entwickelte Formen der Evolutionsmedizin, die eigentlich eine pseudowissenschaftliche Variante sind, wie unsere Evolutionsmedizin ist die seriöse und, aber es gibt auch die pseudowissenschaftliche Variante, die zum Beispiel solche biologistischen, also pseudowissenschaftlich-biologischen Konzepte haben, wie, dass die Esssucht daraus resultiere, dass wir eben genetisch für eine andere in der Steinzeit angepasst seien und heute hätten wir einfach zu viel leicht verfügbare Zuckersachen verfügbar, aber wir wären genetisch halt so, dass wir immer unendlich viel Süßes zu essen neigen, weil die süßen Früchte in der Natur ja so rar waren und so weiter, als ob ein gesunder Organismus in der Natur keine Sattheitsbremse hätte. Das ist in diesen biologistischen Konzepten unterstellt. Es handelt sich also um vorteilbringende Irrtümer der Nahrungssparten sozusagen, die uns da also manipulieren wollen und die Evolutionsmediziner sind dann eben die und die Biologisten sind die pseudowissenschaftlichen Handlanger und Dienstmägde der Nahrungsindustrie ja und der Nahrungssparten bei ihrem Profitinteresse. Nein, es sind zwei Faktoren. Erstens die denaturierten Nahrungsprodukte begünstigen esssüchtiges Verhalten, also aufgrund der fehlenden positiven Anreize produzieren eben die Nahrungssparten tatsächlich esssucht fördernde Produkte und sind deswegen damit auch verantwortlich für die Gewichtszunahmen und die vielen Übergewichtstoten ja die Massen an Übergewichtstoten ne denn ein Übergewichtiger ist ein todkranker Mensch ne ja der hat also nur noch eine sehr geringe Lebenserwartung und das zweite ist dass diese biologistische Perspektive völlig zwei Stichworte ausblendet Gehirnwäsche und Massenmanipulation durch vorteilbringende Irrtümer also dieser Mechanismus das über die Werbemilliarden die Medien Evolution beeinflusst wurde dass die Medien zu sich evoluiert haben dahingehend Menschen zu manipulieren zum unglücklichen einsamen kaufsüchtigen Singles auf das dann die Esssucht resultiert und die Esssucht dann gegenüber Esssucht fördernden künstlichen Nahrungsprodukten führt in der Summe dann zur tödlichen Übergewichtserkrankung zur todbringenden Übergewichtserkrankung Einsamkeit ist dann natürlich die erzeugte durch die Unglücksförderung Fördernden Evolution der Massenmedien und die darin durchgeführte Massenmanipulation und Gehirnwäsche der Bevölkerung wenn man die nicht sehen kann ja dann ist man eben nicht auf dem neuesten Stand der naturwissenschaftlichen Erkenntnis ja ja nochmal zurück deswegen zu Professor Richard Dawkins den wir ja gestern gelesen haben im Original ja und kommentiert haben bitte schauen ab Minute 15 Professor Richard Dawkins die Sparten Mitglieder kooperieren nicht bewusst miteinander also er stellt das ja da richtig da was aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist alle Rechtsanwälte sind in der Sparte der Rechtsanwälte ausgebildet verfügen alle über die gleichen vorteilbringenden Irrtümer und das bedeutet natürlich dass wenn zwei Rechtsanwälte gegenseitig sich fetzen und den Streit hochkochen und am Ende mehr daran verdienen auf Kosten der Wählerinnen dann ist quasi das immer so und bei den Ärzten ist es auch genauso die haben auch alle vorteilbringenden Irrtümer im Kopf die die Leute kränker machen und damit dann auch ihren fachärztlichen Kollegen größere Profite bringen also die Sparten haben meistens die vorteilbringenden Irrtümer laufen meistens darauf hinaus dass nicht nur der einzelne Arzt oder Anwalt profitiert durch die vorteilbringenden Irrtümer sondern auch immer noch gleich die ganze Kollegenschaft mit das ist ja auch so in dem Sinne setzt sich dann in der Evolution durch was der ganzen Sparte dient auch der ganzen Sparte dient ja und ich habe ja schon die ja also und dann haben wir den noch das Thema kapitalistischer Missbrauch von Gesundheitsdaten zur profit maximierung also Arte hat so eine Sendung gemacht über künstliche Intelligenz fand ich unbedeutend außer dass da deutlich wurde ja der bösartige patriarchale raubtier raubtier kapitalismus missbraucht natürlich dann auch gerne jetzt wieder gesundheitsdaten um die leute noch kränker zu machen und die noch mehr profite zu maximieren und den leuten noch mehr operationen und medikamente zu verkaufen und so weiter ja und das ist nochmal was wir mit der österreichischen fortschrittspartei in telefongesprächen besprochen hatten entscheidend ist bei dem Ansatz der next scientists for future .de Daten erstmals für die Wählerinnen statt gegen die Wählerinnen zu nutzen Daten an sich sind wie ein Messer man kann sie gegen die Wählerinnen nutzen oder für das Wohl der Wählerinnen nutzen und wir garantieren dafür dass wir alles tun dass Daten Gesundheitsdaten falls wir sie verwenden oder Wohlfühlstimmen Gesundheitsdaten Langlebigkeitsdaten Wohlstandsdaten ausschließlich für das Wohlergehen von Ihnen liebe Wählerinnen genutzt werden dürfen und alles andere drastisch verhindert wird wir unsere Reformen bedeuten auch das sofortige Ende all dieser Daten Kraken die Daten nutzen nutzen um Ihnen zu schaden und wenn dieser Schaden auch nur dazu besteht daraus besteht sie zu einem Überkonsum an Produkten aber auch Medikamenten und Gesundheitsdienstleistung zu einem übermäßigen Konsum zu manipulieren Ja Wir haben jetzt die Talkrunden die wir im Moment alle besuchen Am Montag werde ich mich nochmal reinhören in das Wandelbündnis wo ja die Next Scientist for Future und der Weltrat auch Mitglied sind Dienstags haben wir dann um 20 Uhr unsere eigene Talkrunde bitte anrufen wenn Sie teilnehmen möchten fürs Vorgespräch Mittwoch circa 20 Uhr haben wir dann auch eine Talkrunde eines Mini-Staaten Projektes also eines ur-matriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker kommunistischen Projektes ja kommunistisch mit uns kann man über echten Kommunismus reden aber nicht über das diesen primitiven Stalinismus den die primitiven Linkskriminellen wollen also mit denen haben wir als bodenständige vernünftige naturwissenschaftliche Linke echte Linke nichts gemeinsam für uns sind diese Linkskriminellen verfassungsfeindlichen Ideen sind Grenzen an ja sind Zeichen ganz niedriger Intelligenz dass man sowas immer noch aufrecht erhält ja und dann haben wir freitags öfters die Gemeinwohl-Lobby-Sitzungen und samstags wieder auch das Thema Talk im Kontext der Mini-Staaten Projekte und unser Konzept ist ja immer in einer Talkrunde einen zweiten Komplett-Experten zu haben oder dann zu den Einzelthemen immer die Leute aufzufordern immer jetzt spontan den Advocatus Diaboli einzunehmen damit möglichst wir nie wieder unwidersprochen bleiben mit unseren Reformkonzepten und Vorschlägen für eine neue Verfassung und so weiter denn wir müssen uns klar sein aus einer Kommune wird ja bei Erfolg ein kleiner Mini-Staat im Mini-Staat Ja und dann bitte noch einmal den besten Sender Fernsehsender überhaupt abonnieren bei YouTube einfach in die Suchmaske eingeben vier Worte News und Talks für und einfach gucken ob wir diesen Sender ein bisschen unterstützen können indem er dann monetarisieren kann und dann von YouTube noch bekannter gemacht wird bei in den Playlists in den sechs Playlists kommt bald die siebte Playlist die dann die achte in den Playlists finden sie das Programm der wichtigsten Sendungen der Menschheit von Arte von Dreisat von auch von den Next Scientists for Future finden sie vieles oder alles Wichtige und ja der beste Sender einfach und deswegen haben wir ihn natürlich auch schon abonniert ja wir werden noch andere Leute bitten das zu tun so dann schaue ich nochmal her ja das war's denke ich mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau und dem den verschiedenen Tagesthemen heute wieder und noch einmal die revolutionäre erste Mai Demonstration 30.000 Leute und dabei ganz viele von von den inkompetenten linkskriminellen verfassungsfeindlichen Kapitalismus Kritikern und möchte gern Stalins und möchte gern Diktatoren eine Schande dass es das noch gibt aber es gibt eben Menschen mit kleinen Gehirnen immer noch immer massenhaft und die werden ja nicht weniger sondern wir sind ja auf dem Weg dass die mit den kleinen Gehirnen immer noch mehr werden und dann steigt die Gefahr eines neuen links diktat einer links diktatur steigt natürlich dadurch und natürlich auch die Gefahr einer rechts diktatur je mehr inkompetente menschen wir haben im lande desto größer wird diese gefahr werden ja also bitte natürlich müssen wir den bösartigen patriarchalen raubtier kapitalismus endlich beenden aber doch bitte kompetent und überlassen wir doch dass doch solchen leuten wie professor richard dorkins und seinen ideen und dem nachfolger von professor richard dorkins dem weltweit wichtigsten denker wie er mal genannt wurde dem jetzigen weltweit wichtigsten denker dem weltrat und den next scientists for future die sich beide auch auf professor richard dorkins beziehen allerdings nicht auf seine großen irrwege nämlich seine religionskritischen schriften die sind eine entgleisung weil er hat nicht kapiert das problem ist das wirtschaftssystem und religionen sind nicht unser problem wir müssen das wirtschaftssystem ändern und dann sind alle probleme gelöst und alles andere interessiert nicht also da sieht man auch er ist entgleist er ist entgleist zu einer unsinnigen religions seine religionskritischen schriften können sie getrost in den müll werfen ich hoffe dr jakob dass wenn sie das hören das ist in ihrem sinne denn das sehen wir genauso wir wollen ein besseres wirtschaftssystem mit neuen starken positiven anreizen die gesundheitsförderung langlebigkeitsförderung wohlfühlensförderung und nebenbei auch wohlstandsförderung liefern sozusagen und wir wollen keine falschen kriegsschauplätze aufmachen der bösartige patriarchale raubt ihr kapitalismus ist das was wir kritisieren und nicht die religion die das ist für uns gar kein thema das ist für uns irrelevant ja schluck das war es mit dieser wissenschaftlichen tagesschau mit dieser wort zum sonntag heute tschüssi bis bald